jo leute ja in einfacher kulisse heute mit meinem bro jonas ja wir haben gerade schon ein video abgedreht das ja sehe ich nachher noch mal was kurz zu genau ich wollte einfach mal grob ein paar erläuterungen zu meinem neues musikvideo raushauen dass du vielleicht ungefähr so die message davon versteht finde ich immer ganz interessant und ja allgemein ja also der song des text ist vielleicht auch nicht so schwer geht es mir einfach darum ja auch mal zu ja so zu signalisieren oder einfach zu zeigen wenn es mal schlecht geht so ja da geht es ja auch oft rum ja im leben die da uns zu sagen die negativen phasen zu durchleben und ja ich habe den song geschrieben damals als ich ja mein fsj gemacht habe und auch nicht so wusste in welche richtung es gehen soll quasi allgemein ja es geht zu dem song einfach darum auch mal abstand zu gewinnen was ich eigentlich immer wichtig finde auch mal wieder ja die einfachen dinge so im leben zu schätzen und ja was ein dann auch wieder stück weit glücklicher machen kann wenn man ein bisschen raus zoomt und ja like a homeless man bedeutet für mich einfach ja wie gesagt schon ja die einfachheit des lebens auch wieder kennenzulernen und ja nicht so festgefahren zu sein oder irgendwie ja sich irgendwie in luxus zu bahnen oder sonst was allgemein ging es auch um einen unklaren weg sozusagen oder ist ja oft so man weiß nicht in welche richtung es gehen soll einengene gefühle belasten einen sonst wie und ja darum geht es sozusagen und genau könnte ich noch mal rein ziehen ja checkt auf jeden fall sein video ab er hat da tipps genannt ja wie man mit negativen emotionen umgeht weiß nicht vielleicht kannst du einen haupt tipp raushauen so ein haupt tipp also ein wichtiger aspekt bei emotionen und gerade bei negativen emotionen ist es halt sich nicht damit zu identifizieren das heißt dass man ja nicht zum beispiel zum beispiel nicht sagt hey ich bin traurig sondern ich empfinde traurigkeit das ist ein sehr sehr großer unterschied und gerade meditation hilft halt dabei ja sich ein bisschen so von seinen gefühlen zu distanzieren und ja einfach so den blick von oben zu bekommen wie du schon gesagt hast einfach so ein bisschen raus zu suchen mal von oben auf die ganze sache zu schauen also meditation ist auf jeden fall ja ein sehr sehr wichtiger aspekt der dabei hilft genau den rest gibt es im video also haut rein so